Hallo, Rudi ist in der Küche. Er macht gerade das Frühstück. Die Wörter machen, lernen, kochen, arbeiten sind Verben. Die Verben beschreiben, was wir machen. Machst du mit? Verben verändern sich. Aber wie? Also, nehmen wir mal das Verb kochen. Uliana kocht Kaffee. Sie kocht Kaffee. Papa kocht Kaffee. Er kocht Kaffee. Meine Schwester und Papa kochen Kaffee. Sie kochen Kaffee. Ich koche Kaffee. Und was ist mit Grundform von kochen? Richtig, die Endung ändert sich. Der Verbstamm bleibt doch immer gleich. Schau, das ist der Verbstamm und das ist Endung. Und jetzt mit allen Personen. Schau mal, hier stehen die Personen. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Und hier steht der Verbstamm von kochen. Das ist Koch. Und hier sind die verschiedenen Endungen. Ich koche Kaffee. Du kochst Kaffee. Er kocht Kaffee. Sie kocht Kaffee. Wir kochen Kaffee. Ihr kocht Kaffee. Sie kochen Kaffee. Ich wiederhole. Verben verändern sich am Ende. Das Ende zeigt die Person an. Das üben wir jetzt mal. Ich mache das Frühstück. Du machst das Frühstück. Er macht das Frühstück. Sie macht das Frühstück. Wir machen das Frühstück. Ihr macht das Frühstück. Sie machen das Frühstück. Der Verbstamm mach verändert sich nicht. Aber die Endungen sind genau wie bei Kochen. Wichtig ist die Person vor dem Verb. Du oder deine Oma oder deine ganze Klasse. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Der Verbstamm ist immer gleich. Und die Endung verändert sich immer gleich. Ich sage Tschüss. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020